Gut an der Uni angekommen? Fachlich läuft's bestens und im Hirn stapeln sich schon 1001 gelernte Sachen? Dann stehen dir am Arbeitsmarkt wohl alle Türen offen, oder? Tja, leider ist das ein bisschen anders. In den Beruf kommst du nämlich erst gut rein, wenn du Schlüsselkompetenzen mitbringst, in denen dein Fachwissen Anwendungen findet. Schlüsselkompetenzen? Was für ein Arbeitsumfeld strebst du denn an? Wo du in Teams zusammenarbeiten wirst? Bei dem Software angewendet werden muss? Du jede Menge reden und präsentieren sollst? Konflikte zu lösen sind und verhandelt werden will? Andere von dir angeleitet werden wollen? Du dich in fremden Sprachen ausdrücken kannst? Möchtest du Medien gezielt nutzen und einsetzen? Oder denkst du ans Organisieren? An der Uni Göttingen gibt es an den einzelnen Fakultäten, an der CES und beim Career Service viele Kursangebote, die dich in der Ausbildung deiner überfachlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden unterstützen. Durch praktische Übungen und Trainings sammelst du Erfahrungen in authentischen Situationen. Sie lassen sich üben und trainieren und sind Türöffner für deinen Beruf. Viel Erfolg!